... ... ... ... ... ... So, we have the archive which is broken and selling price Und dann gehen wir in, und dann bekommen wir die Arschiede, und dann bringen wir es aus und experimentieren. So, das ist von Herrn Spockart, der Swiss Sociologist in den 1960s. Und er hat die Science of Astrologie entwickelt, wie er es nennt, die Science of Walking. Und durch die Walking, er hat sie aktiv in die Umgebung der Umgebung. Er hat viel über die Umgebung über die Umgebung über die Umgebung, und also der Sof receragte die Umgebung, die scratching. Und dann machen Sie diese Umgebung an das Stadt wanderieren. und in der Ende, sie wussten nicht, wo sie waren. Und in der Ende, das ist wo sie landen, wie Parking Rots und Industrie. Dinge, die Leute nicht wirklich interessiert sind. Er war nicht so, dass es nicht so ist, sondern er war nur, dass sie die Welt verstehen, dass sie die Welt verstehen, sie wissen, dass sie das. Die Welt ist in der Welt. Die Welt ist in der Welt. Es gibt die Welt, die Welt ist in der Welt. Es ist nicht so, dass es ist. Es gibt ja noch mehr, aber wir wählenen vier. Und drei, waren zwei Figuren, die wir im Wiener, in diesem Jahr. Sie waren beide sehr wichtig. In der Universität, die in der Schwierigkeit, von der Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten, den Menschen, die Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten, Das ist ein sehr wichtiges Projekt von Friedrich Preiss. Das ist über die Revitalisierung von einem sehr großen Album im Norden von England. Es ist sehr bekannt für die Produktion der Potsdamen. In den 70ern gab es keine mehr Produktion. Die Stadt ist wie in die Stadt, wie es ist. Und so, mit dem Wind zu den Häusern, und den Häusern und den Städten, werden wir neue Vögel sehen. Das ist ein Existema. Das ist ein Existema. Das ist ein Existema. Weil hier ein Konzept, dass die Stadt, die durch die Öffnung, durch die Öffnung, durch die Öffnung, so dass die Öffnung, die die Öffnung von der Hudson-River flogst. Das ist wichtig für die Öffnung. Das ist wichtig für die Öffnung. Das ist wichtig für die Öffnung. Ach, das ist wichtig für die Öffnung. Vielen Dank. Vielen Dank.